Warum ist der Joker uns immer einen Schritt voraus, Commissioner Gordon? Ähm, was? Wo ist der Joker? Ähm, der ist im Gefängnis? Er muss ins Gefängnis. Commissioner Gordon, sagen Sie mir, wo glauben Sie, dass der Joker die Geiseln gefangen hat? Die Geiseln? Du meinst den Bösewicht? Der Bösewicht hat Menschen gefangen. Wie können wir die gefangenen Menschen vom Bösewicht wieder befreien? Mit die Polizei. Commissioner Gordon, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber Sie sind die Gottverdammte Polizei. Äh, äh, ähm, die Polizei ist da. Das heißt, Sie haben bereits ein paar Männer im Wayne Tower? Ja. Wir machen folgendes. Ich befreie die Geiseln im 90. Stock und Sie evakuieren das gesamte Gebäude. Alles klar? Ja. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Und erst eine Zeit so sehr, sehr lange Zeit aber ich. Es wird mir erzählt, dass der Geiseln der Herrscher auf irgendwelche Zeit verankert. Deswegen wäre es ein für Siegel. Das ist ein für Siegel. Das ist ein für Siegel. Du bist der Schoen. Und Sie haben uns um etwas Dreiehen. Das ist ein für Siegel. Und Sie haben keine Zeit. Das ist ein für Siegel. Die Sebaste, wenn wir uns beim Bösewicht hatten. Untertitelung des ZDF, 2020